Winsenluerdas Irgendwer dabei unterstützen möchte und einmal in der Facebook-Gruppe was gepostet und das ist das Ergebnis. Wahnsinn, das ist sowas von genial. Und ja, die 641 Kilometer, die fährt man da natürlich richtig gerne. Aber ich muss mal sagen, Abfahrt war morgens um 6 bei völlig miserablem Wetter und ja Tim, der Wagen lag auf der Achse. Wir hatten zwar alles in einen Koffer gepackt, weil wir sonst gar nicht alles mitgekriegt hätten ohne Anhänger und für eine Anhängerkupplung war es ein bisschen knapp. Aber was soll man sagen, die Frau kommt zuletzt, klar, die Viertelstunde der Diva. Aber um kurz nach zwei sind wir dann doch angekommen bei strahlendem Sonnenschein. Und ja, was wir zuerst verteilt haben, das waren die Wasserbälle, die uns Budnikowski zur Verfügung gestellt hat. Die sind so toll angekommen da. Es war echt der Wahnsinn. Die Kinder haben sich so darüber gefreut. Aber das Wichtigste, das kommt jetzt. Und das war auch einer von den tollsten, emotionalsten und besten Momenten von diesem gesamten Wochenende. Das waren die Kinder, die sich das Haribo nehmen durften und auch gerne genommen haben. Ja, wie man hier sieht, kommt es sehr gut an. Wir haben Glück, dass da keine Hauerei ausgebrochen ist. Und die ganze Aktion dauerte noch ewig lange. Also es kamen immer noch kleckerweise Kinder hinterher. Das möchte ich euch nicht antun. Ich lasse jetzt noch ein bisschen Musik reinlaufen und dann könnt ihr euch die Bilder nochmal zu Gemüte führen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe niemals mit so einem Feedback gerechnet. Das war einfach nur grandios. Guckt es euch an. Ich glaube, ich habe da noch knapp anderthalb Stunden neben dem Koffer gesessen. Aber so viel Geduld will ich euch gar nicht zumuten. Also genießt die Kinder, die sich freuen. Und ja, mir fehlen die Worte. Ich kann nicht mehr. Ich möchte mich nur tausendmal bei euch bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid sowas von genial. Winzenluhe ist top. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.